was denn hier war ich hier schon motortrümmer teile er leckt mich doch am arsch na gut wo waren jetzt die scheiß miene hier hier ist die sonde hier ich glaube da war es okay das nervt natürlich jetzt ein bisschen ob jetzt habe ich den ganzen fucking Affenkolomien die ganzen verkackten Affenkolomien ja abgesucht und natürlich kein Affe hatte ein Datenmodul und jetzt ist das kackt der Datenmodul in der Miene drin hätte ich auch von vornherein her reingehen können aber nein ich musste ja unbedingt die Affenkolomien checken ganz wichtig war das ganz wichtig so wieso ist hier ein wieso sind hier Affen die ich noch nicht gecheckt habe die habe ich ja muss ich mich verraschen werden die wieder zurück gesetzt oder was wenn man hier einmal sich verpisst die hatte ich doch schon alle ja man lass mich hier vorbei du kack Affe so jetzt mal geht er vorbei so und jetzt direkt hier in die Mine Mine betreten ja da möchte ich gerne rein und weiter gehts mal wieder in einer Mine hier der hatte nichts er mit Sicherheit hat irgendeinen Affe hier dieses scheiß Datenmodul ey ich habe Zeit mal schauen ob es tatsächlich also muss ja einer haben ich habe überall geguckt sonst hatte kein anderer Affe das also muss der hier sein da ist auf jeden Fall ein Affe wo sind noch Affe da hinten hier ist ein Affe du hast auch nichts na super so hier leichter die Schiffe jetzt muss ich natürlich auch immer die ganzen Affe hier finden du hast auch nichts wahrscheinlich wird es eine der ganz hinten in der allerletzten Ecke ist naja du hast auch nichts ah dein Glück da ist ein Tür hier ist ein Tür wie ist das mal hier geh doch mal weg du Affe so hier du hast nix du hast anscheinend auch nichts jetzt gebe ich mein ganz universal gel aus weil ihr ganzen kack Affe nix habt ey sprinte doch mal schneller kann ja wohl nicht so schwer sein wo ist denn jetzt der sagenumwobene Affe ne du hast auch nix hat das Datenmodul fallen gelassen ja sicher es ist ein Wunder dass das Datenmodul noch intakt ist ihr Pilot müsste diese Informationen an ihre Vorgesetzten weiterleiten können ja kann er auch gleich machen erstmal noch hier die Schiffrieren ist klar das ist der allerletzte Affe den man kontrolliert ist schon richtig ja ach man leck mich doch jetzt komme ich hier natürlich nicht mehr durch ja hier dann nimm die 20 und äh leck mir die Nüsse ist schon klar weißt du der letzte Affe im letzten Raum ist es natürlich gewesen und jetzt sind hier Gegner was für ein Zufall was sind denn hier für Gegner Gath wo kommen denn Gath jetzt auf einmal her ich seh die gar nicht wo sind die denn alle da oh ich glaube ich geh mal alter wie viele oh fuck oh fuck ach fuck ich bin tot nein nein aber zum Glück habe ich gespeichert direkt vor diesem gnadenlosen Angriff der Gath von von daher ist alles cool dann werde ich mir mal schnell meine Sniper schnappen und hier ein bisschen oh scheiße oh scheiße ähm ja ähm ja ähm bam ich hab doch grad Dingsbums hier genommen man fickt euch ja du dich auch oh scheiße warum könnt ihr denn nix man ihr seid doch echt kacke im Kopf so da hinten so bam Junge in your face oh ihr seid alle tot dann werde ich euch mal wieder beleben hm oh shit oh shit oh shit ok er ist tot mit der Sniper aus nächster Distanz auch das ist durchaus mal ne Variante so den hab ich auch getroffen hammer nice so so mein Freund was willst du ha ihr habt ja gar nichts drauf ihr kleinen scheiß Roboter so wo ist der letzte der letzte ist da ich hab ihn gesehen ach versteck dich noch ist ok Shepard braucht keine Deckung denn Shepard ist die Deckung ne hier ist falsch ist hier richtig ich bin etwas verwirrt ah hier ist sogar richtig nice one ja ha die Gäste die konnten ja gar nichts aber ich muss zugeben ich war erst mal ein bisschen überrascht dass da auf einmal dass die auf einmal direkt vor mir standen ab ins Fahrzeug und back to Normandy da bin ich zurück auf der Normandy so Argus Road Cluster wäre quasi mein nächster Step hier habe ich soweit alles erledigt soweit ich weiß jetzt muss ich das Argus Road Cluster aber erst einmal wieder finden da ist es da ist es so es könnte hier sein weil ich glaube da war ich nicht wegen der Pinnacle Station ich dachte das ist jetzt einfach nur da da gibt es nichts anderes aber es könnte sein ja da lande ich gleich ja die Pinnacle Station wenn ihr euch jetzt fragt warum lasse ich die aus habe ich sie schon gemacht ich habe das gar nicht gesehen nein ich habe sie nicht gemacht und ich werde sie auch nicht machen weil ja die ist scheiße ihr könnt gerne weiß ich bei anderen gucken ob die das gemacht haben und euch das dann da angucken aber aber nein danke die hat null story und ist nur komisches rumgeballert ja dafür brauche ich jetzt nicht unbedingt euch nochmal zwei Stunden eures Lebens also da kann man es wirklich sagen klauen ja die Zeit muss man nicht investieren ich überlasse es ich überspringe es auch immer bei jedem bei jedem Durchgang ich habe es halt einmal gespielt hier ist ein Gebäude aber da sind ja auch noch Sachen ja die möchte ich ja auch natürlich gerne dann haben wenn ich jetzt schon hier bin ganz ehrlich ja wie gesagt also ne 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 tut mir leid das mache ich nicht weil wie gesagt ich finde die kacke und ich habe es mir gekauft weil ich damals dachte oh vielleicht ist ja geil habe es gespielt und musste dann leider sehen es ist doch nicht geil und seitdem spiele ich das auch nicht mehr mit immer wenn ich es gespielt habe habe ich es immer außen vor gelassen immer einfach nicht beachtet weil ich die kacke finde genauso wie der und der Sky 2 bzw. Korrosionsbus er ist genau so ein Schwarz für mich also hier haben die sich mit den DLCs nicht mit rumgeklickert ja hier sind die scheiße also wer sich über die DLCs von Teil 2 oder 3 aufgeregt hat der sollte sich diese beiden DLCs mal reinziehen und dann nochmal sagen dass die von Mass Effect 2 bzw. Mass Effect 3 scheiße sind ja da bekommt man wenigstens was fürs Geld auch wenn es nur 2 oder 3 Stunden Spielspaß sind sag ich mal ja aber ne das tut nicht Not oh dann dann wenn er nicht immer so viel hüpfen würde ey das nervt extrem da muss ich auch nicht hin ich muss es irgendwo da Ach, da ist es ja auch. Juhu! Breakdance-Marco. Er will zu mir... Achso. Ich dachte gerade schon. Ja, wie der Alice. Hier ist eine Anomalide. Die lüge ich auch direkt mal hin. Und wenn jetzt die verborgenen Gebäude... Das müsste ja quasi der komische Turianer sein, der Rex seine Rüstung hat. Denn wenn nicht... Dann bin ich ehrlich gesagt überfragt. Ja, ist gut. Ach stimmt, da gibt es ja auch noch was. Könnte ich ja auch noch mal kurz hin. Loschen. Jetzt rutscht mir da der Kopfhörer so ein bisschen. Meine In-Ears. So. So, jetzt ist sie wieder fest. Ach, ja. Ach, da. Und jetzt... Ne, das war es aber gar nicht. Da muss ich noch ein bisschen weiter fahren. So. Und wenn wir diese Nebenmission erledigt haben, müssen wir eigentlich noch ganz kurz einmal zur Citadel. Und... Garot finden. Garot. 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 So. So. Eine Asari Kapsel. Ich... Was ich trotzdem auf der Karte sehen kann. Widerspricht sich ein bisschen. Aber na gut. So. Und besser so, als wenn ich danach jetzt auch noch suchen müsste. Dann würde das ganze Let's Play noch 35 Stunden länger dauern. Bis ich dann sage, ich habe kein Bock mehr. Ein bisschen muss ich noch fahren. Juhu. 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 Müsste ja hinter dem Berg eigentlich sein. Wenn ich mich nicht irre. Mal gucken. Ja, müsste wirklich hinter dem Berg sein. Da bin ich ja mal gespannt, was mich da erwartet. ist. Auf jeden Fall schon mal jetzt ein paar Gegner, weil ich mich immer frage, warum stehen die da? Die sind doch voll, die sind doch sowieso lebensmüde gekommen. Ich komme mit so einem Panzer und die stehen da mit so einer komischen Pistole. Ja, wer könnte denn da gewinnen? Ich mache einmal und die sind tot. Ah, da ist auch noch einer, so kriegt auch noch mal eins in die Fresse. Und ja, das war jetzt die knallharte Wache von diesem verborgenen Gebäude. Nenkt mich am Arsch. Ich kam ja fast in Schwitzen. Ich denke, hier drinnen wird es ein bisschen anders aussehen. Da wird es wahrscheinlich ein paar mehr Gegner geben und da werde ich wohl tatsächlich in Schwitzen kommen und ich werde... Nein, das sage ich jetzt nicht, sonst passiert es auch noch wirklich. So. Wo seid ihr kleinen Scheiß Wichser? Na, kommt. Na, kommt. Raus zum Spielen. Los, los, los. Los, los, los. Los, los, los. Los, 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 los. So, einer möchte sich anschleichen, da ist er. Ich habe dich gesehen, auch mit einem Revabo, kleiner Pisser. Ja, toll. Ich sehe nichts mehr. Alter, warum hätten wir Spacken so viele aus, Mann? Mach kaputt. So, mach kaputt, Mann. So, geht doch. Okay, das ist der Nächste, der sich angeschlichen hat. Moment. Ey, warum kann die denn nichts? Das ist doch gut. Okay, ich glaube, ich habe gerade voll die Scheiße gebaut, dass ich hier reingelaufen bin. Und irgendwie hält der alles aus, was ich ihm da zu bieten habe. Na gut, ich hole erst mal Tali zurück. Warum gehst du aus der Entdeckung raus? So, okay, der Spacken ist tot. Okay, dann bin ich als Sache ein bisschen in Schwitzen gekommen, muss ich ja ehrlich gestehen. So, wo sind die anderen? Laufen auf jeden Fall, wie Behinderte fliegen hier über mein Radar. Ich weiß aber nicht, sind die oben oder sind die hier unten? Okay, da unten ist auf jeden Fall einer, den habe ich schon mal gesehen. Alter! Piss dich, du kleiner Wichskopf. Ey, hier. Die Kinder haben mich nicht getroffen. Ist doof. Oh, da kommt noch mehr. Da kommt noch mehr, da kommt noch mehr, da kommt noch mehr, da kommt noch mehr. Äh, irgendwie doof jetzt. Ich muss mal irgendwie weg. Ja, warte, 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 warte. Ich muss mal ganz kurz hier das nehmen und jetzt bin ich voll in der Sackgasse. Das ist doof. Oh, ich muss hier weg. Unbedingt. Ich muss, ja, bleib da stehen. Du sollst dich verpissen, du Spacken, um nicht da stehen bleiben. Weil die halten auch irgendwie extrem viel aus, die Spastis, ey. Okay, ich muss hier durch. Zack, zack. Ich muss jetzt die 5 einsetzen. So, dann mache ich mal den hier. Ja, schön. Ich habe irgendwie... Scheiße, die falsche Waffe. So, okay. Da hat dir dein Schild auch nichts gebracht. Leara ist schon wieder tot. Ja, das ist natürlich herzallerliebst. Dann setze ich mal direkt das Ding an, da halte ich ein bisschen was mit mir aus. Ja, ver... Gehen wir hier in Deckel. Ich muss natürlich jetzt aber darauf achten. Alter, warum halten die denn so viel aus? Trotz jedem Scheißer, Mann. Das ist doch kacke. Das ist doch, Alter. Untertitelung. Bis zum respons pleasing zu CAM. Nachricht. VerгиATE. Ja. Vergnal我.